Junge, der sieht aus wie Wolfgang Petri. Digga, warum fährt der Mop jetzt so? Junge, mein Auto! Das ist in Alcatara sitzen, du Arschloch! Krieg ich ihn nie wieder raus! Boah, das stinkt nach Kotze. Halt mal! Willst du noch mal halb die Hose wechseln? Nein, das trocknet. Was ist denn hier los? Mach das Licht aus! Junge, ich krieg einen Sonnenstich. Ja, was jetzt? Düsseldorf oder Düsseldorf-Welbert? Okay, zu spät. Ja, Düsseldorf-Welbert. Die waren dafür, zwölf Parkland Street. Wohin? Hier, Parkplatz frei, aber das kostet, ne? Ja. Die da hier... Ich glaube, ich bin richtig. Echt? Die Jacke kommt nicht hoch. Ja, du sagst immer, dass du eine Karte brauchst. Marvin, du gibst... Das ist immer Nummer 606. Okay. Mach meine Bude auf hier, Kollege. Ich hab keine Hose an. Ich hab keine Hose an. Ich hab keine Hose an. Ja, komm mit Kamera, Jan, ich hab keine Hose an. Ist doch super. Kannst du dir mal eine Hose an? Janis! Wir kommen. Janis! So, Janis steckt im Aufzug fest. Wir müssen ihn jetzt mal einsammeln. Wenn du das hörst, Janis, wir sind dabei. Ich hab keine Hose an. Rettung naht. Rettung naht. Hallo! Ich weiß, Männer. Du bist zum 5. gekommen. Sondern ich stand nicht da. Gib gar kein Treppenhaus. Ich bin hier auch. Herzlichen Glückwunsch. Du hast es geschafft. Alter, Alter, Alter. Wir wussten nicht, dass wir deine scheiß Karte brauchen. Komm, Freunde. Wir sind komplett. Wir haben es geschafft. Stehe ich da am 5.? Okay. Und was mach ich jetzt? Ich bin dort hier. Hat doch bis zum 5. gereicht. Der war gut. Hallo! Der Junge, du musst doch auch echt den Held. Früher haben wir mit Spänen gejagt. Heute fliegen wir von Los Angeles nach Bangkok. Nein, das hätte es nicht gereinigt, wenn du gesagt hast, das ist Prague. Prague? Ja, spring gut da links. Oh! Junge, da muss ich doch dann schlafen. Keck, ey. Das muss doch alles. Das war ganz... Ah! Ah! Ich hab mir schon klar, dass du mal müde hast. Was? Spring sich noch die Eier ein. Please place your room key in front of the key card reader to activate the elevator. Bitte halten Sie Ihre Tema. Wenn ich übe, der ist es bewusst. Hey! Hey Leute, das bin ich. Ich hab immer auch schon ganz. Das ist... Ah, mir wird schwindelig. Ich geh jetzt nicht zu. Oh ja, du schwitzt. Ey, das ist kein Aufzug. Da ist ein Free-Fall-Tower. Ich hab gerade in die Hose geschissen. Oh ne, hör mal. Mir wird kurz übel. Das ist... Oh Gott sei Dank. Let's go! So. Heute ist wieder absolute Motivation, oder? Wir haben gleich Split-Time. Heute bin ich mal dran. Absolute Motivation. 2 Minuten. Ich hab mit dem Rümsen fast gekotzt, aber ja. 2 Minuten. So. Und jetzt? Werde man in den Dimmelkuss. Oder? Guck, da vorne sind Security's. Oh Junge, hier ist ja auch alles leer, gell? Ja Mann. Spielertunnel laufen wir jetzt einfach so. ERA depois... Glockenzeichen machbar. Ja, nee... Mache, das ist gut. Glockenzeichen, das ist gut. Der gibt's ja auch nur los. Eigentlich gibt's für etwasizzaatfleisch. Ja man. Die Hose, die Hose. Die Hose, die Hose. Das ist ja, die Hose. Wie is das? Was? He ist sau. He ist sau. He ist sau. 1 Hand in the air! 1 Hand in the air! And we go from left to right! Welcome Jax and Vega! Everybody jump, jump! Jump, jump! Jump! Also, kick the Cardinals ball! Now everybody jump! Danke schön! Digga, ich bin total im Arsch, meine Beine tun weh. Peace out, man.